Diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Wohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf-Ludenberg. Die Immobilie hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der immobilierten Wohnung liegt bei ca. 110 m². Die monatliche Pauschalmiete beträgt 2250 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Untertitelung des ZDF, 2020